Freunde, was geht ab? Herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Heute spielen wir das Brettspiel des Todes, Freunde. Es geht um Leben und Tod, deswegen müsst ihr Like da lassen, sonst werden wir alle sterben. Okay, das war Quitsch. Mit dabei ist heute Deutschko. Boah, ich freue mich schon auf Twister. Ich spiele doch Twister, oder? Ja, wir spielen Twister, Freunde, falls ihr noch nicht wusstet. Und mit dabei ist Odoman. Ich bin zu Park in Odoman. Und mit dabei ist der Wifu Jury. Dick, am Ende wird das Ganze hier so aussehen. Am Ende wird das nicht so aussehen. Nein, wir spielen natürlich nicht Twister, wir spielen Himmelsleiter, Freunde. Ich habe euch das mal kurz einmal schon erklärt in den letzten Dings, aber diesmal ist es ein bisschen einfacher gemacht. Wenn wir zum Beispiel eine 2 würfeln, gehen wir einfach die Treppe hoch, sind direkt bei 10. Aber, wenn wir auf die 10 kommen, gehen wir auch wieder direkt auf die 2. Und dann gibt es halt immer Minigames, Waffen, dies, das, Freunde, am Ende fighten wir uns. Deswegen, gerne immer ein Like und ein Abo da lassen, falls ihr neu seid. Und ich würde sagen, wir legen los. Wir würfeln, um drum, wer anfängt. Ja? Ich würfel eine 8. Ich würfel eine 4. Doch, wir haben jetzt eine 4. Und was würfel ich? Ich würfel 3. Ich würfel 3. Stefan, okay. Ja, mach für Stolko. 8. Oh, okay, wir müssen beide nochmal. Lukas, komm, 101. Hä, warum? Weil ich habe auch eine 8. Ich habe eine... Ja, wegen Stefan, du dumm Kopf. Stefan hat doch auch eine 8. Oh, ach so. 9. Okay, Stefan fängt an. Ich bin 2. Odoman ist 3. Und Lukas ist 3. Ach so, Stolko kann ja nicht würfeln. Ich habe... Boah, du hast eine 2, Digga, du kommst direkt auf 10. Du kommst hoch auf 10. Du kommst direkt auf 10 und ich glaube, das ist direkt Minigame. Hier kann man drücken. Zufälliges Minispiel auswählen. Dann kommen erstmal alle hier rauf, bevor wir irgendwie einer zu wenig... Let's go. Und ich drücke drauf. Gib ihn. Das Minispiel ist... Flintnock Battle. Tanz um zu Beginn. Oh, shit. Starke Map. Chris geht raus an Flixbus. Geht direkt los. An Real Dunkey, Freunde. Crazy Map. Also, der pisst dich. Oh, shit. Hä? Oh, ja. Du hast noch einen dicken Handy kassiert. Nein. Nein. Wie immer lebst du? Digga, staub ich mir jetzt nicht ab. Oh, Digga, das war ein Dreieckskill. Wer lebt noch? Lukas. Oh, mein Gott. Lukas lebt noch. Lukas lebt noch. Nein. Ich habe aus Versehen den Inventar geöffnet. Oh, ja. War das schön, Digga? War das schön? Ganz entspannt, Lukas. Ganz entspannt. Ja? Okay, Lukas hat es gewonnen. Jetzt weiß ich aber nicht, wie man seine Waffe bekommt, der Gewinner. Ich weiß es nicht. Vielleicht liegt sie da einfach. Hier steht doch Gewinnerwaffen. Ah, Gewinnerwaffen. Waffe für Minigame-Gewinner spawnen. Okay, ich spawn sie. Digga, was? Okay, Digga. Junge, das ist ja Todes-OP. Okay, Freunde, ich bin dran. Neun. Sehr stark. Hier ist irgendwas. Was steht hier? Man muss es immer rausfinden. Man muss es suchen. Fight the button, Freunde. Warte, warte, warte. Da stand es irgendwo. Hier, zufällige Spawn. Spawn ihn einfach. Ja, tu es. Oh, stark, Digga. Das ist richtig okay. Feier ich übel. Okay. Okay, Odomans ist dran. Odomans ist dran. Tu es. Irre. Lukas ist dran. Tu es. Sechs. Sechs, Digga. Oh. Du kriegst auch Schwanz. Okay, sehr gut. Stoichko. Kommen Sie her. Ich würfel für Sie. Zwei. Ah, ist okay. Passiert aber leider nichts. Du bist bei zwölf, mein Lieber. Okay, ich bin dran. Neun. Direkt bei 18. Auch nichts. Oh, ein vor Minigame. Ich bin, ich bin, ich bin. Tu es, Odoman. Oh. Oh, du kommst auch auf Waffen spawnen. Nice. Sehr nice. Jetzt musst du ihn wieder suchen. Oh. Ja. Deagle ist okay. Ist okay. Ist okay. Lukas, tu es. Ach, komm, Digga. Hier. Du es, tu es. Oh. Okay, Waffen spawnen. Ich bin gespannt. Rotes Feld. Freunde, vielleicht heißt das irgendwas, aber wir müssen. Ich glaube, hier ist nix. Doch. Warte, 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 warte. Hier. Oh. Iiii. Ah, war eine blöde Kuh. So eine Gammelwaffe, Digga. Ich habe was für eine goldene Ska. Okay, ich bin für Stochko. Drei. Was? Nee. Auch nix. Okay, ich bin dran. Bitte. Sechs. Was haben wir denn? Vierundzwanzig? Freunde, falls Mathefehler immer Bescheid sagen. Warte mal. Wie ist es jetzt? Wenn ich auf 18 gehe, ne? Und ich komme auf die 24, muss ich jetzt zurückgehen? Du musst runter. Du musst runter auf die 20. Oh, und er kriegt ne Waffe. Er kriegt ne Waffe, wie Glück. Digga, warte mal. Warte, warte, wir müssen den Rätsel rausfinden. Hier. Okay, Digga. Ja, Digga. Ja, okay, Digga. Okay, all the men's. Ich bin, äh. Ich fang ihn. Oh, ich habe ihn ja nicht gefangen. Fünf. Was ist das? Eins, zwei, drei, vier, fünf. 14, Minigame. Okay. Tausch den Platz mit einem deiner Mitspieler. Nein, hat er nicht getan, Digga. Ähm, Andre. Ja, bitte? Wartansung. Okay. Ey, dürfen wir jetzt ne Waffe? Ich weiß es gar nicht. Wollen wir mitmachen? Nein. Ich auch. Wir machen mit. Das Ding ist, er ist eigentlich nicht drauf gekommen. Er hat ja schon sein Ereignis bekommen. Ey, dann hast du Doppelbonus, Digga. Ja, normal. Ja, dann, okay. Dann kann ich jetzt auch zufällige Aufgabe erhalten, weil ich bin ja auch auf 14 gekommen. Ja, okay. Da habe ich nicht einmal gejubst. Okay. Du hast nicht kurz gejubst. Wer ist jetzt dran? Lucas. Tu es, Lucas. Okay, let's go. Zehn. Tschüss, Digga. 17. 17? Oh. Ja. Oh. Waffe, Waffe, Waffe. Oh nein, ich muss zurück. Äh, ja. Aber erstmal gönne ich mir die Waffe. Oh, danke, Digga. Ja, okay, Digga. Gott ist pumped. Das wird ein ganz, ganz starker Fight. Drei. Du musst zu 18, mein Lieber. Da ist nix. Okay. Wer ist dran? Du. Echt? Du bist ja zu elf. Ja. Ah ja, ich bin dran. Idiot. Drei. Wo bin ich? Dann 17. 17. Lukas hat aber auch eine Waffe gespawnt. Er hat eine Waffe gespawnt und ist dann zurückgegangen. Ja, ich brauche sie eigentlich nicht. Ich brauche sie eigentlich nicht. Bin ich ehrlich. Okay. Fünf. Oh, du mal hat fünf. 25. Oh, Waffe, 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 Waffe. Pass auf. Nein, er hat kein Jagdgewehr bekommen, Digga. Oh, ich hab ein Jagdgewehr bekommen. Ekelerregend, Mann. Ich hab ein Jagdgewehr bekommen. Okay, ich bin. Okay, tu es. Danke dafür. Mega. Hey, wow. Super. Okay, Stolko, ich werfe für dich. Nein, das zählt nicht, warte. Und 10. Digga, was machst du, Rudelmann? Entspann dich mal. Komm zu 28, mein Lieber. Okay, dann bin ich jetzt gespannt, was es hier gibt. Oh, starke Waffe. Starke Waffe. Kann man nix sagen, Freunde. Ich bin dran. Okay, 0 zählt nicht. Ich bin dran. Wo bin ich? 11. Oh, hier. 14. Alter Maul. Warte. Tausche den Platz mit einem deiner Mitspieler. Komm, also. Digga, niemals. Der eigentlich würde ich gerne mit... Ich muss eigentlich Odeman hier wieder herholen, Freunde, weil er mich auch ausgesucht hat. Aber bei Stolko wäre ich weiter. Deswegen. Ey, ähm... Äh, Stolko. Gehen Sie bitte auf die 14. André, bist du bereit? Ja, ich bin bereit. 4. 1, 2, 3, 4. Du kriegst Schwanz. Du musst zurück. Du musst zurück. Du musst zurück. Oh nein. Andersrum geht es nicht, Freunde. Wie ihr hier gerade seht, wenn er auf 15 landet, darf er nicht nach oben gehen. Er darf nur nach unten gehen. Das ist stark. Lukas, tu es. 3. 3, 1, 2, 3. Moin Odeman, das geht ja nicht. Ah, so ein Ding. Okay, Stolko. 6. 20. Oh, ist eine Waffe, Digga. War das nicht die Krasse? Und du musst rauf auf 24. Hol dir eine Waffe und hoch auf 24. Warte, ich sehe es gerade nicht. Also, es geht gerade. Odeman ist der Beste. Jawohl. Okay, aber geh hoch zu 24. Du bist auf jeden Fall weit. Ich bin dran. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh. Okay, ich habe mich gerade gefreut. Ja, ich dachte, ich darf nach oben gehen. Odeman, du hast eine 0 gewürfelt. Nochmal. 10. Immer wenn man lacht, kriegt man direkt Karma, Digga. 25, Baby. 25, gönn dir. Tu es. Tu es, Odeman. Tu es, Odeman. Zufällig wach. Oh, Gott. Na, ist okay, aber muss jetzt nicht sein. Ey, hör auf, wir haben nur 3 Leben. Ich habe 0, ich mache nochmal. Mach 0. 3. 10. Oh, hey. Du hattest eine 3, du Zigeuner. Hattest du eine 3, du Zigeuner? Ich habe eine 0. Du hattest eine 3, ich habe es genau gesehen, Digga. Ich habe es nicht gesehen, Freunde, deswegen muss er 10 nach vorne laufen. Ist einfach so. Keiner Pisser. Geh auf 25, Logis. Ich muss besser aufpassen, die sind alle am Schummeln, Freunde. Okay, spawnen dir eine Waffe. Ja, ey. Er hat zwei davon. Krank, Digga. Wie sich das kann man eigentlich haben, Digga? Unnormal. Okay, Stoichko ist dran. Ich würfel für dich, Stoichko. 6. Geld? Wo ist die 30? 30. Oh, Ereignis. Achso, Ereignis? Du musst ihn finden. Weil ich habe es. Aufgabe. Gehe jetzt zusammen mit einem Mitspieler 5 Felder zurück. Ich würde André sagen. Also ich würde dich André nehmen, wenn ich ehrlich bin. André hat dich eben getauscht. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich jemand anderes genommen, aber du hast mich vorhin auch zurückgezogen. Okay, ich gehe auf 28 zurück, Freunde, da, wo ich eben war. Ja, Stoichko, du musst auch 5 zurückgehen, ne? Jo. Auf die 25. Aber du triggerst die Waffen jetzt natürlich nicht, weil du hast ja schon getriggert. Achso. Okay. Oh, du meinst. Du bist... Ne, ich bin dran. Oh mein Gott. 10! Oh, 38, Digga. Freunde, bitte, ich muss nicht irgendwo zurückgehen. 37? Hä? Äh... Hallo? Äh... Hallo, 38? Wo sind sie, Sir? Gerber, 39. Okay, ich gehe 39 zweimal. Guck mal, hier ist 39 zweimal. Nice. Okay, warte. Ich tue es. Äh... Oh Gott. Die habe ich schon. Die ist gut, Digga. Aber die habe ich schon. Das Ding ist, wir müssen nachher ein bisschen durchtauschen. Warte, ich muss mal einmal meine Waffen droppen, Freunde, nicht, dass ich die verliere. Okay. Ich bin nur auf 38 drauf. Ich bin dran. Jetzt ist... Oh, dummer. Neun. Starke Zahl. Ich bin bei... Sieht sehr gut für mich aus, Freunde. 34, oder? Könnte nächste Runde... 34, dann musst du zurückgehen. Könnte in der Waffe und geh zurück. Warte, 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 warte. Warte, warte. Oh Gott. Ja, irre, Digga. Bisher hat Lukas das beste Equip, muss ich sagen. Danke dafür. Nein, er darf hochgehen. Du darfst hochgehen, Digga. Er darf hochgehen. Oh, shit. Das wird noch knapp. Und Loot. Ich darf Loot holen, oder? Ja, ja, du darfst holen, du darfst holen. Ja, wenn ich den scheiß Knopf jetzt finde. Hab. Oh, VSS. Uh, Trago noch. Okay. Jetzt ist Dodgego dran. Ich würfel für dich. Sieben. Starke Zahl. An einer rechnet für mich, danke. 32. Du hast gar nichts. Okay. Ich darf jetzt nur... Ich darf jetzt nur keine zwei würfeln. Der Rest... Ne, zwei und... Egal, ich würfel einfach. Vier. Warte mal. Eins, zwei, drei, vier. Okay, wir sind beim letzten. Ich hoffe, es kriegt keiner irgendein Ereignis mit mir zu tauschen. Okay, Lügis. Ich bin dran. Warum komme ich immer durcheinander? Sieben. Sieben. Sechs plus sieben sind 13. Wo bin ich dran? Hier. 33. 33. Komm rein. Du darfst aber nicht nach oben gehen. Du darfst nur nach oben gehen. Hör auf, Thomas. Darfst du nicht. Tu es. Vier. Eins, zwei, drei, vier. Okay, Lügis, krieg eine Waffe. Oh, Digga, du kriegst alles in Gold, Junge. Junge, ich bin einfach der Wawo. Let's go. Okay. Steph, komm eins vor. Du hast eins vor. Ach so, es sah aus wie eine Sieben. Nein, nein, das war eine Eins. Jetzt bin ich dran. Ja. Jetzt bin ich dran. Okay. Okay, okay, okay. Das Ding ist, wenn ich jetzt eine Eins würfel, gehe ich wieder ganz zurück. Aber sonst habe ich eigentlich gewonnen. Auge. Oh, Digga, neun, Alter. Ich kann sogar noch weitergehen, obwohl es gar nicht mehr weitergeht. Du hast gewonnen. Aktiviere den Fight. Okay, hier können wir aktivieren. Macht euer Setup fertig. Ich bin bereit für Tauschsachen, wenn jemand tauschen will. Ich habe eine goldene Skarn zu bieten, ne? Ja, aber das Ding ist, ich habe nichts, was du brauchst, glaube ich. Für eine Pump kann ich nicht brauche. Obwohl, hast du eine Pump? Brauchst du eine Pump? Welche? Ich hätte das hier zum Beispiel. Ich könnte die. Aber ich habe eine blaue Kampfstrote, Digga. Ich könnte das da hier tauschen. Sag mal, wer kann tauschen? Äh. Ganz ehrlich, Odoman, absolut geile Waffe, die. Ey, Digga, ihr seid zu ekelhaft. Danke, Digga. Okay, sonst habe ich noch eine Tag. Die brauche ich nicht. Oh, die habe ich in Gold. Okay, die nehme ich, Digga. Nimm für die Tag. Nice. Digga, ich tausche mir hier alles voll, Digga. Jetzt hat Stolko gar nichts bekommen. Hier liegt bei der Weizung an der Pump, ne? Digga, was? Stolko, nimm die Pump noch, wenn du die brauchst. Warte, Stolko, Stolko, hier. Stolko, ich hatte auch noch was für dich hier, Digga. Nein, okay. Okay, ich aktiviere den Fight. Let's go, Freunde. Wir boien uns. Die Fight-Man ist aktiviert. Tanz um zu Beginn. Let's go. Digga, Donkey ist einfach ein Genie, Freunde. Kuss geht raus an die Map. Man ist langsamer irgendwie oder fühlt man sich nur so? Man ist übel langsam, Digga. Kann das sein? Unnormal. Aber wir sind hier in einem Haus drin, Freunde, wo alles größer ist als wir selber. Wir sind jetzt kleine Mäuse. Jaja, so ein Ding ist das. Okay, wir... Der hat da Laser bekommen. Das war nur Lukas, glaube ich, ne? Ach, Lukas, Digga, du bist doch kein Gegner, mein Freund. Du bist doch kein Gegner, Lukas. Ohne bauen bin ich so in Lust. Ja, jetzt kommen schon die Ausreden, Freunde. Komm, mein Sieger, jetzt. Komm, mitbauen. Nein. Oh nein, Lukas, du bist so schlecht, Digga. Ich hätte das nicht gedacht, aber... Ich hätte das nicht gedacht, aber, Lukas. Spaß. Okay, wenn Lukas nicht mehr redet, Freunde, weiß man, er schwitzt jetzt richtig hart. Wer ist das bei mir? Psycho! Haut rein, Jungs. Machst du gut, Digga. Geil. Hey, wie viel Leben hat man? Nein, man hat nur drei, man hat nur drei. Du bist tot. Ah, ich bin down. Stolko, geht's dir gut da hinten in der Ecke, Digga? Oh, yeah, yeah, yeah. Mr. Ameise? Okay, stell dich auf K, Lukas. Stolko down. Und? Oh, du Mann, down. Leider, Piss. Ich hab noch zwei Leben, entspann dich. Ich hab noch fünf Leben. Leider, Pisser. Alter, ich bin grad gespuckt. Oh mein Gott! Okay, ich hab Stolko richtig gedownt noch. Ich glaube, ihr habt 160 Schaden gemacht oder so. Der ist low. Nein, nein, nein. Oh, ich hab aus dem Geschossen. Das Geile an den Fights ist, Freunde, wir haben alle kein Healing. Dementsprechend kann Odoman nicht irgendwelche Splashes abusen. Du kriegst keinen, du kriegst keinen Jack, wer schaut für dich. Du wirst mich nicht einmal treffen, Odoman. Digga, es wird so unfair sein, es ist so unfair, Digga. Warum ist das so unfair? Es ist so unfair, Digga. Du hast die Gottespumpe. Ja, Lukas hat noch ne... Ne, ich hab die Gottespumpe, ich hab ne goldene. Fällt mir grad. Du hast mich einfach gespawnt, die ganze Zeit, Digga. Ja, Freunde, jetzt kommen wir, jetzt kommen wir, wenn ich einmal rasiere in meinem Leben, dann kommen überall die Neider. Wo bist du fertig? Neider. Guck dir mal den Neider da an. Guck dir mal den Neider da an. Digga, so ein Eintreiziger. Lukas, ich hab Odoman gerade richtig hart Disrespect, weil er hat die ganze Zeit dabei auf mich ges... Nein! Hör auf! Ey, das zählt nicht, ich hab immer noch... Das zählt, das zählt. Ne, 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 ne. Du hast mich auch gekillt, obwohl ich... Ja, dann wär ich ja jetzt raus, dann wär ich ja jetzt raus, wenn du mich gekillt hast. Ich hatte mein letztes Leben. Achso, du hast dein letztes Leben. Ja, Stolko auch und du auch, oder nicht? Oh, sorry. Achso, ja, stimmt. Warte, warte, stopp, ey, warte, André, ne, ne, es war nicht regelrecht, du hattest Minusleben, Digga. Das zählt nicht. Hä, du hast doch nicht einmal getroffen. Doch, ich hab einen Snipe gehitzt, du Opfer. Ja, stimmt. Okay, ich hab... Du, sagst du uns, wir schummeln, du bist der größte Schummler gerade hier, Digga. Bin ich nicht. Doch, bist du... Sag ich! Gott. Trir! Ach, Digga, alte Vier, Digga, 50er André, wir haben keine Aufnahmen dabei, Digga. Du kleine 31er, Digga. Ja, Freunde, so ist es, wenn man dominiert, dann wird man nur gehatet. Müsst ihr euch dran gewöhnen, wenn ihr gut im Spiel seid, eure Freunde sind immer so. Ja, Digga. No, ich hab sogar verloren, Digga, bei dir. Ey, du, ich habe nur ein HP, ich schwör auf alles, nur noch ein HP. Stark. Okay, Stolko hat gewonnen, Alter, so geht das, Freunde. Wenn euch das aber alles gefallen hat, gerne einen Like da, lassen immer meinen Creator-Code eingeben, A, N, Y, T oder von den Jungs, gerne von der YFHD, von Odumar Piquet, von Stolko. Was? Sorry. Ja, genau, ciao.